Hat keinen Sinn, euch zu opfern. Bleibt bei gewaltlosem Widerstand, auch nach meinem Tod. Bist du so weit nach dem Gesicht? So, und jetzt mal gut auf, Leute! Damit ihr wisst, wie es jedem ergeht, wenn du nur drei Millionen denkt! Na, warte! Ey, was ist denn jetzt passiert? Ah, da steht einer auf dem Dach! Da oben ist das! Da oben ist das, was ist denn jetzt passiert?